Wie groß sind die Erfolgsaussichten dieses Projekts? Nun, sie liegen bei 100%. Denn ein Bekannter von mir hat genau dieses Husarenstück tatsächlich fertiggebracht. Ohne einen müden Heller auf dem Konto und mit einer vernichtenden Schufa-Auskunft auf dem Puckel organisierte er 250.000 Euro, um seine eigene Muckibude zu eröffnen. Und er hat es geschafft, dank der Methode, die Sie nur in einem ganz bestimmten Buch finden. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Reich durch Vergleich. Entdecken Sie, wie leicht es sein kann, abseits ausgetretener Bankenpfade frisches Geld zu beschaffen, und zwar legal und zuverlässig. Reduzieren Sie Ihre Ausgaben, schrumpfen Sie Ihre Schulden und schrauben Sie Ihre Einnahmen zugleich radikal nach oben. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Untertitelung des ZDF, 2020